sehr gut finde ich finde ich gewaschen werden ich bin die presse ja bitte pass auf mein chrom auf das fängt schnell an zu rosten ja dann muss ich muss mich wieder minuten da spiele ich eine rolle und bin sehr schön wo ist meine erste task da unten ist meine erste task stinkt normale crewmate das ist ja das gibt es ja nicht stinke normales crewmate nicht keine rolle das hat man an uns auch noch nicht mehr ah hat das ist dreist er ist sofort gekillt das ist wirklich dreist vor leid ich überlege gerade wer letztes rausgekommen ist so ohne nahmen alex und sind schon rausnehmen wir sind alle drei typen bei lips genau weil du durch meinen lichtkegel gelaufen bist irgendjemand stand da gerade noch im gang vor der ausgangstür welche ausgangstür meinst du labs oder elektrische abschneiden nicht ich ich stand am download in elektrik ausgehen richtung die tür sehe ich nicht beim download ich sehe nur wer rechts alles reingelaufen kam und das war ich habe ich habe das gefühl gehabt es war was wirklich ist aber ich habe halt echt durch die durch dadurch dass ich in der rot haben wir hier zwei ja ich das ist halt nur ich glaube es war was wirklich ist aber das war zu spät ich habe gerade gesehen wie red zur tür raus wollte als die tür vor ihm zu sie nun ja nicht aber da hat alles gelebt keine ahnung ich kann niemand rausnehmen ich kann niemand rausnehmen ich habe die note unter elektrik gemacht und bin jetzt ich glaube dass ich auch noch sehen red voten red voten warum das denn jetzt red voten ist nicht bei 14 leuten skippen würde ich mal sagen ich muss jetzt so rum oder wettgevotet alex Alex hat sich selbst selber gebotet hier will jemand was sagen sprichfrau ich muss nur einmal singen jetzt denkst du es ist k 2 k 3 folgen Ziemlich voll hier. Ist hier bei den noch vorhandenen Corona-Fallzahlen ein bisschen schwierig. Wenn das Video veröffentlicht wird wahrscheinlich nicht mehr. Hoffentlich nicht mehr. Kommt dann wahrscheinlich irgendwann 2022 raus. So wie ich mich kenne. Das Video. Okay, gehen wir erstmal hier hin. Den Knoblauch vor uns abgelassen. Jawohl. Wer lacht denn hier so? Pinky. Pinky ist mir entgegengekommen und hinter mir explodiert. Oh, oh. Okay. Bestimmt, weil der Spring gesungen wurde. Hast du schon mal gemacht? Ja, da musste ich jetzt mal duschen gehen, nachdem so viel Leichenteil abbekommen hast. Ich habe bloß eine kurze Frage an Trilly. Yes. Wieso gehst du vom Licht weg, wenn das aus ist? Das Licht. Du bist gerade an mir vorbeigelaufen, runterwärts. Da war doch bestimmt schon jemand unterwegs. Ja, unterwegs. Ja, unterwegs. Vielleicht. Ich war unterwegs, aber du warst über mir. Du wärst also schneller gewesen als ich. Ich mach echt selten Licht. Ich mach echt selten Licht. Also ich reagiere meistens eigentlich gar nicht auf diese... Wie nennt man sie nochmal? Achja, Supportagen. Wieso nicht? Wieso nicht? Okay. Ich wollte noch sagen... Ich hab admin-Table-Infos. Es waren auch wirklich nur zwei Leute in Electrical. Der Rest war gefühlt im Labor. Ein paar waren halt draußen, die hab ich nicht gesehen. Ich hab gerade unten einen Wasserrad-Task gemacht. Um nochmal auf Pinky zurückzukommen. Thoram kam mir entgegen von Leps aus, Richtung Elektrik. That's right. Ich hatte das Gefühl, er dreht um, als er mich sieht. Wo genau lag ich zählen? Direkt oberhalb von Storage. That's right. Wir sind und Sinjin, während des Fixens waren wir alleine. Warte mal, wo wurde Pinky nochmal gefunden? Ja, aber hinter uns kamen noch zwei. Oberhalb von Storage. Genau, als wir den Licht an hatten, kamen noch zwei. Okay, bei Red war vor uns, als wir raus sind, Thoram, weil du warst hinter mir. Als wir von Leps raus waren. Keine Ahnung. Also ich hab dich in Leps gesehen, aber beim rauslaufen hab ich halt keinen mehr gesehen, weil Lights out war. Red war vor mir. Wo bist du hingelaufen? Bist du hoch oder runtergelaufen, Red? Ich bin runtergelaufen. Okay. Aber dann hätte man vielleicht mich gesehen, wenn ich entgegengekommen bin. Ich hab ja Pinky nicht getroffen. Mhm. Okay. Thoram meinte ja, Pinky ist ja entgegengekommen. Also Pinky hast du nicht getroffen, aber Brain oder was? Oh man. So wie gesagt, er ist an mir gespielt auf und dann hab ich halt hinter mir gesehen. Dafür, für den Jock, für den Jock müssten wir ihn rausvoten. Hey! Für den Jock müsste man ihn rausvoten. Der war nicht so Brain. Ich bin dafür bekannt. What? Was ist das? Immer. So, na dann. Ich hab einen schönen Pressoutfit. Ich bin noch hier als Press unterwegs. Ich berichte hier live vom Polos Gelände. Hier wird ein Posten gejagt. Ich bin live für euch mit dabei. Nein, live ist es nicht, aber... Fuck. Bericht er hat er doch. News. Das sind Post Among Us. Und die Post. Los. Let's find out. Who it is. Ich war gar nicht gemütet. Hoppala. Ich hab... Man hat's nicht bemerkt. ... hier Trilly erschossen. Ich bin Sheriff. Oh. Gefährlich. Auf den Sass von demjenigen, der mit ihm in der Electrical war, weil der einfach dran vorbeigelaufen ist. Das war mir ein bisschen... Ja. Okay. Kann ich... Kann ich dezent verstehen. Ich weiß aber auch, dass das bei Trilly... Ja... Äh... Aber... Äh... Und... Vorricht, wenn du deine Rolle callst, weil wir haben jetzt auch den Gesser, der dann dich töten kann im Meeting. Ja. Aber gut. Soll er auch gerne machen, dann steht er. Ich kenn die. Es ist sehr viel Bordhaus. Wenn es ein Bad Gesser ist, könnte er dich auch töten. Es gibt Bad Gesser, okay. Das wusste ich nicht. Ja. Es gibt auch einen Bösen. Ja, aber gut. Wenn ich von irgendwem wen erschieße, dann muss ich ja meine Rolle callen, sonst... Ja, ja. Du kannst aber auch weglaufen als Seraph und ich... Ja, wenn Plansch daneben steht, wird das hart. Ja, ich stand halt genau daneben. Muss man Plansch mitzlöten. Dann gg, dann bin ich gleich weg, aber ey, dann ist das halt so. Nee, dann wärst du jetzt wahrscheinlich schon weg, dann hätte er jetzt schon gepasst. Ja. Achso, das funktioniert. Das geht mitten im Meeting. Das geht mitten im Meeting. Alles klar. Ah, okay. Okay, okay. Naja, wie auch immer. Ich hab heute die Rolle Presse. Ich bin jetzt Reporter mit dabei. Ich berichte und schaue zu. Jetzt ist immer fertig. Naja, ihr zwei Impostor. Damit bist du sass. Oder was auch immer. Blöse Rollen, die mich gewordet haben. Es gab so eine Art Reporter-Rollen-Vorschlag auf dem Aural's Discord. Aha. Wär nicht schlecht. Ich bin hier Presse. Ich hab hier meine Presseagredierung oben im Hut drin. Das ist... Ja. Ich hab auch nur die Comment-Rolle. Ansonsten... Ja, ich bin hier wirklich heute. Meine Rolle ist Reporter. Einfach Pressemitglied. Einfach mal zuschauen und berichten. Deshalb nehme ich auch hier auf. Das ist die Berichtsgestattung. Ich bin hier live bei IMKrimi dabei. Und... Die Crime-Scene wird hier investigativ von mir... ...beobachtet. Und wenn ich's nicht übersehen sollte, dann werden's meine Aufzeichnungen hoffentlich schaffen. Kann man mal ne Task zu Ende machen, bitte? Nee. Frage ich mich auch immer. Aber, ähm, ich hab grade, äh... Red gefunden. Yes. Wo? Oh nein. Den vote ich denn jetzt? Den Lab? Den Lab, genau. Also beim Eingang unterm Bohrer. Dann kann ich... Ist er da grade rein? Okay. Also ich war... Also ich war... Also ich war die... Also ich war die... Also ich war an den Camps und bin dann zum Licht gegangen und da kam mir Plattel entgegen. Also ich meine das Licht auch grade... Sehne raus. Sehne kam grad aus den Camps und hat das Licht gefixt, Lönne war unten unten. Ich wollte dich nicht rausnehmen, ich wollte dich fragen, wo du herkommst. Unten, außer du. Achso, von unten kamst du, okay. Und das Licht ist definitiv... Das hab ich glaube ich auch gesehen. Und warum bist du nicht zum Licht gegangen? Weil grade die Camps ausgegangen sind und ich erst kurz in Camps mit dem gespammten Report Button rein bin. Ah, okay. Danke. Ja. Und ich hab gesehen, dass wir jemand in den Camps sind. Ich hab grad vor den Camps getanzt. Äh, direkt vor Labs und dachte mir, na, die gehen dann schon hin. Aha. Ja, ja. Hab ich auch gemacht. Hat er dann auch gemacht. Er wollte dich halt nicht wirklich sehen, hat er dann auch gemacht. Und dann lieber das Licht angemacht, damit er was anderes sieht. Hahaha. Uff. Irgendjemand hat auch noch bei Admin kurz gewiggelt. Ich hab mir aber die Farbe nicht gemerkt. Tja, was sollen wir jetzt machen? Ich hab Platsch gewohnt. Ich geb Voter oder was. Was? Ja, du bist an der Stelle, wo Red vorher war, deswegen muss ich jetzt mit dir weiter machen. Gaby. Ja, ist okay. Kann natürlich auch ein Selbstreport sein. Möchte ich nur mal einwerfen. Ja, das ist nicht unbedingt so. Aber es kann immer ein Selbstreport sein. Gaby. Ja. Aber die Leute ver... Zu wie viel Prozent würdest du mich gerne einölen? Zu null Prozent. Mhm. Mhm. Ich versteh schon. Gaby steht nicht so auf Massageöl. Oh. Oh, was? Wir waren jetzt gekillt. Ach du Schande. So. Lönne hat jemanden gegessen. Okay. Lönne war jetzt... Lönne war jetzt... Ja, das wurde man falsch gegessen, ne? Und ist draufgegangen dabei. Ähm, ja. Auch gut. Auch gut. Schön. Das war nicht meine Absicht. So kann man's auch machen. Ab zurück nach Specimen. Ich hoffe, ich höre das Licht. Ich muss das Licht... ein bisschen... wirklich erstatten. Ich bin hier nur der Reporter. Reporter-Erstattung. Es ist jetzt natürlich ein bisschen sass, aber... dass ich genau in dieselbe Task gefolgt bin, aber... Tja. Auf einer Laboratorie... wo ich keine Tasks habe... ist ein bisschen blöd, aber... ja, was soll's? Ich nehme halt den Umweg. Lass Platsch. Ich habe Platsch gesehen. Breaking News. Kaji. Okay. So, hier habe ich meine nächste Task. Komm ich nicht hin. Ist aber gut. Rory! Kann nichts mehr. War's Buggy Platsch? Dezent. Ähm... Ich habe... Ich glaube, Sehne ist es. Genau, Sehne ist gerade... Wo liegt der? Wo liegt der Lächter? In Coms. Ich bin gerade da reingelaufen. Okay. Wollte mal gucken. Also, ich habe an der Admin Table gerade zwei Punkte in Coms gesehen. Also, ich war mit DatLicht eine lange Zeit in Specimen und Platsch habe ich oben rechts dann im Labor entdeckt. Also... Richtig. Die sind dann irgendwie in gewisser Weise rausgekommen. Ja. Also, die sind in gewisser Weise raus. Also, die beiden... Nein. DatLicht und Platsch. Ich bin in Admin. Bist du nicht gerade oben rausgekommen? Nein. Doch, natürlich bist du oben rausgekommen. Ich bin in Admin. Ich bin gerade... Ach, ist Thoram Jester. Ich bin geradeaus... Thoram labert doch. Thoram labert ein Blödsinn. Er ist oben rausgekommen. Gerade eben am Ende der Runde. Das lässt dich wirklich rausgehen. Okay. Eine andere Frage. Zwergi, hast du Thoram in Specimen gesehen? Ich habe nur Platsch... Ich habe nur das Licht gesehen und Platsch habe ich gesehen. Das Licht unten in Specimen und ich bin hoch, das Licht ist in die andere Richtung gegangen und dann habe ich oben Platsch gesehen im Laborator. Das Licht ist dir Thoram entgegengekommen, wenn der unten war? Ich glaube, da kriege ich das Gemüter zu. Der Sonntag. Der Sonntag. Der Sonntag. Der Sonntag. Ja, reicht ja, wenn du dir die Farbe merkst. Ich würde gerade mal das Licht und Platsch für diese Runde safen. Die habe ich dort gesehen. Das ist... Ja, und Alex stand hinter mir auf dem... Der war auf dem Medbayscan, als ich da stand, wo Zwergi mich gesehen hat. Also ich nehme auch Alex raus. Für den. Für die Runde jetzt. Wie hoch ist die Chance, dass wir einen Morphling haben? Ja. Im Postern? Wie hoch ist die Chance? Ja. Ziemlich hoch, ne? Ziemlich hoch, ja. Die Frage ist, haben wir noch einen Imposter drin? Wir müssen jetzt mal was machen. Wenn Thoram da war, dann kann nur das Licht als Morphling in Frage kommen. Aber der war bei mir unten die ganze Zeit. Entweder Thoram blabert und er ist gestern. Er ist aber nach dir hochgekommen. Thoram. Also Thoram. Oder das Licht als Thoram. Glaub ich nicht. Aber gut. Aber starten wir jetzt eigentlich hier und nicht ein Rom weiter dort. Ach, weil es zu viele sind wahrscheinlich. Wenn sie verteilt bei 15 wird nicht an den Tisch passen. Das Upload. Ich hoffe nur, dass ich hier nicht gekillt werde. Ich lade hier gerade meine Daten hoch, meine ersten Fails. Das ist ja hier. Deswegen. Da geht es ja schon klar. Deswegen wird sich die Datei, wird hier über die Berichterstattung schon klappen. Upload. Funktioniert ja hier. Und wird direkt ans Studio übermittelt. Wie mich da rüht. Oh Thoram, das war so schlecht. Wer war es denn? Ich musste was versuchen. Wer war es denn jetzt? Wer war es denn jetzt? Wer war es denn jetzt? Die Gabi hat einfach mal zwei Imposter rausgenommen. War es jetzt Thoram oder wer war es jetzt? Das war Gabi. Ich habe sie erschossen. Ich habe seit zwei Runden gekollt. Das war wahrscheinlich selbst reporting. Ach, da steht es ja. Player Rules. Ich bin mal ein bisschen aggressiver. Quatsch. Ja. Ich stehe an Licht zwischen vier Leuten als Sidekick. Trilly killt mich. Ich denke mir so. What hat er sich verklickt? Es kommt ein Report. Trilly wird nicht erwähnt. Was ist denn jetzt los? Und dann wird Trilly rausgeworntet, weil du hättest doch eigentlich das Licht fixen können, weil du grob in der Nähe warst. Der wurde nicht rausgeworntet. Ich habe mich ja wieder rausgeworntet. Der wurde ja rausgeworntet. Ja, er wurde erschossen. Aber das war alles was. Das war alles was. Das ist dann der Grund ist dann nicht erschaffen. Der ist dann nicht erschaffen. Der ist dann nicht erschaffen. Der stieg normaler Kuhmate. Der ist vielleicht wirklich Two-Porter. So damals, ey. Und ich habe ja gesagt. Schade. Du hast gute Kills gemacht, aber du hast zwei Imposter rausgekillt. Deswegen ist die andere gestorben. Ich bin gespannt auf dich, dass du geklimmelt hast. Da bin ich für gestorben. Ich habe mich so gefreut gehabt als Sidekick. Das Problem mit Trilly war nur. Sehr ist so eine unnötige Rolle. Nein, nein, nein. Ist es gewollt, dass Crewmates und so dazwischen sind, normale? Ja. Damit du, damit du, damit du, weil wenn alle Rollen haben, kriegst du sehr schnell raus, wer welche Rollen hat. Das stimmt. Wenn du aber Crewmates dazwischen hast, dann hast du genug Leute, die einfach planlos sind. Ja. Ja. Kurze Frage dazwischen. Was macht der Gesser genau? Das finde ich gut. Ich erkläre das, weil ich bin, ich bin groß schon. Der Gesser, der hat im Meeting die Möglichkeit, wenn die Voting-Phase ist, kann dann den Typen anklicken, kannst du auf den Avatar klicken und kannst die Rolle eintippen bzw. anklicken. Du kannst einfach sagen, okay, ich glaube, was nicht der Pinky ist, Arsonist. Der Schnauz. Wecker. Und wenn du dann nochmal draufklickst auf die gleiche Stelle, dann schießt du. Und wenn er wirklich Arsonist war, dann, naja, dann stupfe er. Und wenn das nicht war, dann stupfe er selber. Und der Gesser hat zwei Chancen. Also er hat zwei Guesses. Aber natürlich nur, wenn er sich nicht verschießt. Aber diese Zeit wie so ist... Also, da warst du mal, wenn der Fall wäre, einfach nicht versteckt. Also könnte er sein. Ich denke, es war sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020